Die Bundesrepublik Nigeria ist ein föderal organisierter Staat in Westafrika. Das Land hat eine Fläche von rund 923.000 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von 219 Millionen Einwohnern, womit es nicht nur das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas ist, sondern auch weltweit hinter Indonesien und Pakistan an sechster Stelle steht. Amtssprachen sind Englisch, Hauser, Igbo und Yoruba. Die wichtigsten Religionen sind der Islam und das Christentum. Nigeria wird im Süden durch den Golf von Guinea begrenzt, ein Teilmeer des Atlantischen Ozeans. Im Westen grenzt es an Benin, im Norden an den Niger und Tschad und im Osten an Kamerun. Im Grenzgebiet zwischen Nigeria, dem Tschad und Kamerun befinden sich die Reste des Tschad Sees. In unmittelbarer Nachbarschaft Nigerias liegt weiterhin das Land Äquatorial Guinea. Die wichtigsten Flüsse Nigerias sind zum einen der Niger, der von Norden kommt und im Süden im breit gefächerten Niger-Delta in den Golf von Guinea mündet. Es handelt sich um eines der größten Fluss-Deltas weltweit. Der Benue kommt aus Kamerun und mündet in den Niger. In der nördlichen Hälfte Nigerias erstreckt sich das Jos-Plateau und entlang der Grenze zu Kamerun ziehen sich weitere Gebirgszüge. Im Norden das Mandara-Gebirge, weiter südlich Ausläufer des Hochlands von Adamawa. Der höchste Berg des Landes ist der sogenannte Chapalwadi oder Todesberg mit 2419 Metern. Ganz im Norden des Landes herrscht ein extrem trockenes Wüstenklima vor. Daran schließt sich ein Steppenklima an. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind teils beträchtlich. In einem Großteil des Landes herrscht ein tropisches Savannenklima vor, mit einer Trockenzeit im Winter. Schließlich weist der Süden Nigerias ein tropisches Monsoon-Klima auf, in dem der westafrikanische Monsoon in den Sommermonaten besonders starke Niederschläge bringt. Der Süden ist feucht und die Temperaturunterschiede gering. Im Niger-Delta finden sich tropische Regenwälder sowie Mangrovenwälder. Die Tierwelt Nigerias umfasst sowohl Gorillas als auch Elefanten. Nigeria ist der weltgrößte Produzent von Maniok und Jams und zweitgrößter Produzent von Sorghumhirse, Ingwer und Süßkartoffeln. Weiterhin ist der Anbau von Kakao, Erdnüssen, Palmöl und Baumwolle von großer Bedeutung. Dennoch kann das Land den Lebensmittelbedarf seiner eigenen Bevölkerung nicht selbst decken. Die Landwirtschaft macht etwa 20% des Bruttoinlandsprodukts Nigerias aus. Wichtigster Bodenschatz Nigerias ist Erdöl. Dieses wird im Süden rund um das Niger-Delta gefördert und macht rund 90% der nigerianischen Exporte aus. Damit einher gehen allerdings auch starke Umweltprobleme in der Region. Die Industrie des Landes ist hauptsächlich auf einige Ballungsräume konzentriert. Wichtige Branchen sind die Metallerzeugung, die ihren Schwerpunkt in Lagos hat, die Herstellung von Erdölprodukten, Düngemittel und Farben. Die Pharmazeutikindustrie des Landes ist die bedeutendste auf dem ganzen Kontinent. Und schließlich die Fahrzeugindustrie. Die Industrie macht rund 20% der Wirtschaftsleistung aus. Der Dienstleistungssektor steht schließlich für rund 60% der Wirtschaftskraft. Hier ist die Finanzbranche von großer Bedeutung. Nigeria ist der größte Finanzmarkt in Afrika. Banken- und Finanzzentrum des Landes ist Lagos. Daneben sind der Telekommunikationssektor und schließlich die Musik- und Filmindustrie von besonderer Wichtigkeit. Nigeria verfügt neben den USA und Indien über eine der größten Filmindustrien weltweit und bedient damit vorwiegend den afrikanischen Kontinent. Zentrum der Branche, die in Anlehnung an das US-amerikanische Hollywood auch als Nollywood bezeichnet wird, ist Lagos. Die Bevölkerung Nigerias lebt zunehmend in den großen Ballungsräumen. Knapp die Hälfte der Einwohner lebt unter der Armutsgrenze. Größte Stadt ist Lagos mit rund 14 Millionen Einwohnern. Damit gilt sie als eine der größten Metropolen Afrikas. Weitere große urbane Zentren sind Kano, Ibadan, Benin City und Port Harkurt. Insgesamt leben in Nigeria mehr als 250 verschiedene Volksgruppen mit jeweils eigenen Sprachen. Die größten darunter sind die Hauser und Fulbe, die ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen und der afroasiatischen Sprachfamilie angehören. Die Ikbo und die Yoruba, die beide zu den Niger-Kongo-Sprachen gehören. Englisch wird zur interethnischen Kommunikation insbesondere in den Städten verwendet. Die nigerianische Bevölkerung bekennt sich ungefähr zur Hälfte zum Islam, die meisten davon sind Sunniten, hauptsächlich im Norden, und zur Hälfte zum Christentum, hauptsächlich im Süden. In einigen Bundesstaaten im Norden gilt die Scharia. Interreligiöse Konflikte sind ein Problem in Nigeria. Ein besonders extremer Ausdruck dieser Konflikte ist die radikal-islamische Terrororganisation Boko Haram, die besonders im Nordosten des Landes aktiv ist. Die Bevölkerung Nigerias wächst, wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, relativ schnell. Schätzungen der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich die Einwohnerzahl des Landes bis 2050 verdoppeln wird, also auf rund 400 Millionen Einwohner. Und hier endet der kleine Überblick zu Nigeria. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.